Schweinestelze Schweinestelze, ja Aber möchtest du gerne Kartoffeln laden? Nein Oder Ich würde gerne Schweinestelze mit viel Schmalz Dabei Ja So eine große Portion Schmalz, ja Aber Und trinkt? Trinkend nur Bier, ja Nur Hefenweiße, ja Mit Zitron Ich brauche bestimmt Ein Multivitamin Ein Multivitaminsaft Ja Das ist folgende, ja Morgen, ja Ja Dass man so ein Multivitaminsaft hat, ja Ja Und Nimmst du da auch ein Sex dabei? Ja, manchmal ein Sex auch, ja Bier und Multivitamin, ja Und Schnaps, Kohl Okay Und Schmalz So ein bisschen Schmalz und Schnaps, ja 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 Dann kannst du viel trinken, ja Sehr viel, ja 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 Du kannst vielleicht 25 Bier trinken, weil dieser Schmalz, ja Im Bauch, ja Das macht mich sehr stark, ja Der Kopf, Kopf, ja 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 Ich Ja Ich hatte so ein Adolf Hitler Hotel geworden, ja Am die Hauptmacht, ja Ja Hauptplatz, ja Und dann jeden Sonntag, was so eine ganz große Militärparade, ja Jeden Sonntag Davor, jeden Sonntag, ja Weil ich aufgeweckt mit so einer großen Militärparade Ja, ja. Phil Lloyd ist extrem gross und stöhnt. Ja, ja, ja. Do you want to interview? Ah, maybe you have some real boom. Off the record, yes. What is not decided? Well, the staff meeting will open. I have to worry, to tell you the truth, but now I'm telling you the truth. Yeah. I played concert in Vienna on this Tonun Gigantone Festival, and you know what I wore? What? Leatherhousel, man. I was wearing leatherhousel on the concert, you know. Yeah. In Vienna? Yeah. Yeah, you could ask, you know. I was actually wearing leatherhousel. Yeah. Why is that? And my piece was called Anschluss, you know. But I had a huge Swedish flag on the stage, you know. You know, Anschluss is like when Germany came to Austria, they sort of annexed it, yeah? And they called it Anschluss, yeah? I did the concert in 89 in Vienna, where I called my performance Anschluss, and they had a huge Swedish flag on the stage, and I was wearing leatherhousel, man. Ha, 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 ha. How did you play in your place? I played in this big place called Metropole, or something, Metropole. It has these problems, you know. Like, on your head, it's like here, because, you know, you can actually shoot, actually, if you know, too. I think so. This is the idea from the beginning, huh? 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 Oder sie machen sie nicht mehr, oder? Ja. Und dann, wenn du ein Kind hast, du siehst. Du hast sie all dein Leben, weil sie so groß sind. Du fühlst sie ab, ja? The meaning der Leben ist, dass du deine Leatherhäuser bist. Aber wenn du sie siehst, du siehst du siehst, du kannst sie die Leatherhäuser. Du kannst sie sterben. Ja. Du hast es in dieser Kulturen, weil niemand in der Kulturen ist. Ja, aber das ist nicht in der Kulturen. Ich glaube, das ganze Existenzialismus in der deutschen Kulturen kam von der Kulturen, dass sehr wenige Leute in der Leatherhäuser sind. Das hat eine nationale Gilt. Das ist warum Menschen Schopenhauer, Freund, Nietzsche. Das ist eine große Herausforderung. 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 Das ist eine große Herausforderung.